Wo baue ich sie ab? Hier kann ich eine Reihe wegnehmen. Zwei. So. Für einen Erdlift. So. Aber ich glaube, mein Gestein reicht nicht. Musik ist gut, ja? Ja. Von der Lautstärke meine ich jetzt. Ist in Ordnung. Nicht zu laut, nicht zu leise. So. Mal angucken. Aua. Nee. Wir hatten doch so viele... Ach, da waren die. Ja, mittlerweile weiß ich das auch nicht mehr, wo wir das immer alles hingedicht haben. Halt, einfach mal gucken. So. Oh, mein, ich schüfte Minecarts. So. So. Ich habe nicht genug an D7. Und... Ich habe auch so ein Scheiß-Boot. Ein Scheiß-Boot? Nicht doch reingetackt? Vielleicht. Ah. Ein Kraken. Dreh dich. Dreh dich. Schneller. Schneller. Noch schneller. Komm, Kraken. Mach uns das Kraken-Karussell. So. Was... Was mache ich jetzt? Äh. Was war doch noch? Jetzt stirbst du. Wird das massig, wenn ich das so mache? Oder sollte ich das so tun? Und dann baue ich hier einen Erdblock hin. Wartet, wartet, wartet. Hier ist ein Zombie in der Goldrüstung. Oh. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Das hatten wir doch sonst nicht. Hm. Ich habe hier gebastelt. Gar nichts. Oh, ich habe... Ich habe seine Brustpanzer bekommen. Oh, schön. Halbpacker 3, Schuss 5 und Dorn 1. Und wo bist du? Ich bin ganz weit weg. Was machst du da, Schaf? Pinkelst du da etwa gegen? Ah. Oh. Der hat einen Popel oben drauf. Eee. Mach ich denn? Mach ich was gegen Popel? Ja. Wie kann man was gegen so ein schönes, saftiges Nasenkotelett haben? Also echt mal. Was bist du für ein Mensch? Wirk. Wirk? Äh, warte mal. Schaufel. Hat denn der Ultman sich versteckt? Ist ja unglaublich. Bei der Burg ist er nicht. Die Seite hier kann weg. Das ist so fett. Nein, ich bin ja auch nicht bei der Burg. Ich bin in... Kaputistan. Du bist im Himmel. Ich bin in Kap... Kaputistan. Ich hab mich in ihm verbaut. Es wird dunkel. Das hast du ja schnell gesehen. Hm. Bei der Farm ist er auch nicht. Nein. Wer sagt denn sowas? Wer sagt denn sowas? Ja. Du lässt wieder überall die Türen offen. Ja. Hab ich von dir gelernt. Jetzt passiert das ja nicht mehr so häufig. Nee, nur noch dreimal die Minute. Vorher waren's fünfmal. Oldman ist scheinbar ausgezogen. Das ist schön. Nein, ich hab was an. Okay, dann sag ich lieber, du bist umgezogen. Oh, und du bist umgezogen. Ich mein den Block. Er hat sich da eingebaut, wo er nicht hin sollte. Ich würde sagen eigentlich die Eier. Oh, die Küste ist schon wieder fast voll. Och, denen geht's gut. So, und war alles noch in Ordnung. Mit den Eiern. So, machen wir das drücken. Warte. Eierregen. Ich brauch an Visite. Ich brauche es. Da guckst du, Huhn, ne? Hui. Aua. Huhn, geh mal weg hier. Oh. Jetzt ist das Huhn weg. So. Hast du ein Bett in der Nähe? Hm, gerade nicht. Kann ich dir mal ins Bett legen? Ich probier's. Oh, ist das schön. Hallo, Zumble. Hallo, Spinne. Hallo, Krieger. So. Hallo, Gustav. Mal gucken, ob das so ausbäckig ist. Die können ja auch noch weg. Kriegt aber nicht viel. Dann muss ich den da unten reinsetzen. Ich dachte, ich kriege den eingespart. Nein. Sieht mir ja aus wie ein Affenkopf. Au. So, was wollte ich denn nochmal machen? Was haben wir denn nochmal alles besprochen? Ich hab's wieder vergessen. Äh, Wegebau hier. Marktplatz, die Laternen. Irgendwie sowas. Eine Laterne. Ja, das ist so. Laterne, Laterne. Möchtest du so eine ähnliche mittelalterliche Laterne? Sonne, Mond, Sterne. Ich lass mich. Mach doch verschiedene Varianten. Wenn du möchtest. Sonne, aus. Sonne, machst du aber mit Kloster und das ist dann immer weg, ne? Das ist dann auch doof. Ja, haben wir nicht genug Kloster? Weiß ich nicht, aber das ist ja dann vom Materialverbrauch her und doof. Äh, doof. Und doof. Wir haben noch 37 Kloster. Ich brauch Andy Sieht. Könnten eigentlich auch einen Sensor bauen? Ein paar Redstone-Lampen? Andy Sieht! Die verknöpfen, dann gehen die Lampen automatisch an und aus. Was hältst du davon? Gefällt mir alles, aber ist mir jetzt egal, da ich kein Ansisit hab. Wo finde ich das denn jetzt auf die Schnelle? Im Haus. Nee, da hab ich das letzte genommen. Ach. Schwimmel, schwimmel. Schneller. Hops. 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 Das sieht eher aus wie ein Affe, aber ist egal. Affe. 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 Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich hab bestimmt einen Sonnenstich. Manchmal oft. Bist du ruhig? Weiß nicht. Ich bin ein Kripper mit. Das macht schon die Katze so. Danke. Ja, die gute Katze. Danach weiß ich aber kräftig immer zurück. Ja, boah, ist Katzen. Ich würde sie auch gerne essen, aber ich darf ja nicht. Ist in Deutschland nicht erlaubt. Nein. Ja. Das gute Deutschland. Sag mal. Hast du einen Schuss? Hä? Ich hab das gesehen. Ich sorge nur fürs Proviant. Oh, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Oh, das war... Hörst auf! Ich hab keine Eier mehr. Ich hab keine Eier mehr. Warte, ich muss mal was essen. Wo ist meine Hühnerfamilie? Oh, rennt weg, bevor Oldman das sieht. Hühner, 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 Hühner. Ich hab nur fürs Proviant gesorgt. Essen, 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 essen. Leider sind die noch nicht erwachsen zum Schlachten. Ja, ich fress sie trotzdem. So. Na? Jetzt muss ich überlegen, wie baut man einen Renni so? Geh rüber, geh in die Mitte, komm. Trau dich, kleine Sohn. Trau dich. Wir haben keinen Quarz mehr. Wir haben keinen Quark mehr. Oh, hast du gehört? Wir haben keinen Quark mehr. Arme Hu, wird vergewaltigt. Wo hast du den Quark gelassen? Wo hast du den Quark? Hab ich's gut. Wo hast du den Quark gelassen? Den Quark! Hey. Quark! Frisslaterne. Ja, guck mal hier. Hier sind auch noch Blümchen. Und an der Ecke ist auch ein Blümchen. Auf meine Nase, warte. Blümchen. Bei der Tür. Hüppch, hüppch, hüppch. Machst du hier oben auch noch Blümchen hin? Machst du das? Ich hab keine Blümchen. Oh, wir haben noch mehr. Wo ist da? Wir hatten noch ein anderes Wurm. Wo ist das? Das ist draußen. Das läuft mit unseren Hühnern rum. Hungerhaken. Hungerhaken, wo bist du? Hungerhaken. Wenn ich Hungerhaken nicht finde, ne? Dann weiß ich, wo der ist. Da, ihr habt gehört. Da ist Hungerhaken. In Manfreds Magen. Nee, Hungerhaken hab ich noch nicht gesehen. Mir macht er nämlich immer Vorwürfe. Und dann, ne? Ich hab nur Papierkorb getötet. Also bitte. Aus Versehen. Hier ist kein Hungerhaken. Ich weiß ehrlich nicht, wo der ist. Ich hab ihn aber auch nicht getötet. Ey, Hühnchen. Hungerhaken. Hungerhaken. Das hab ich, das hab ich. Ich wollte den Sensor bauen. Das brauchte man, glaub ich. Okay. Hä? Hungerhaken. Was macht hier jetzt ein Hohn? Oh. Hier ist, oh hier ist ja alles voll. Stein, Eisen. Frage mich grad, wer davon voll ist. Ech, ich bin natürlich. Hier ist auch kein Hungerhaken. Hier ist zwar auch ein Huhn. Spitz wie der heimlich. Metro Last Light. Oder Redax. Nee. Das war ja nur die angepasste Variante, die erneuerte. Das hab ich auch gespielt. Hab ich auch Let's Play. Soll ich verlinken? Alle beiden Metros. Ich fand die Spiele so geil. Fahren sie auch wirklich. Ich brauch aber trotzdem Andesit, Manfred. Hier ist noch ein Andesit. Sieben Andesit sind noch. Das wird aber nicht reichen. Nur sieben. Ich mach erst mal. Ich mach erst mal was Nützliches. Ich versuch hier reinzukommen. Schiit. Hier ist doch Andesit. Ja, wo war das? Von wegen, du hast das schon geguckt. Glas ist hier auch. Boah, ich muss mal leer machen alles hier. Du bist aber woanders jetzt, ne? Hm. Siehste. Ich war aber beim Bauern. Bei unser erstes Haus. Hm? Ja. Was hast du da versteckt? Nein, das war sogar abgemacht, dass es da ist. Was hast du von mir versteckt? Ich hab sie hier hingeschissen. Wo? Wo? War gar nicht übersehen. Polierte Andesit ist hier. Ach, wo? Ach, scheiße. Das ist polierter. Meintest du den nicht? Ach, da. Sieben Andesit, das ist das, was ich schon hatte. Äh. Ups. Ne. Ne, ist alles voll. Was machen die Enderperlen? Die haben wir doch woanders. Die Enderperlen haben wir hier unten. Ups. Ach, das hab ich schon eingesammelt. Das hab ich nicht gesehen. Jetzt hab ich genug Andesit. Ich bin bloß beim Verteilen hier. Ich hab hier noch so viele andere Sachen. Ich hab hier auch noch... Was? Das kommt... Ach stimmt. Das kommt doch in die Küche! Mann, ey! Nix klappt hier. Nix, gar nix. Alles muss ich alleine machen. Können wir kurz kriege ich hin? Zu zweit die Baumfarmen abholzen. Ja. Oh, Baumfarmen abholzen. Ich muss erst mal ein bisschen Platz machen hier. Ich hab hier alles voll. Ne, ich bin auch voll. Ja, ja, ja. Das Spiel ist auch voll. Aber wir Vorwürfe machen. Naja, das sind die richtigen. Ja, Manfred ist ein Quartalsäufer. Kann ich so spielen. Mein Vater ist säufer. Oh, meiner auch. Das war doch nicht schön, ne? Kann man sich nicht aussuchen. Oh, das müsste reichen. Komm. Wir gehen hacken. Städtchen, fahr da einfach eine Flasche Whisky hin, dann ist er ruhig. Oh. Meiner hat gern Bier getrunken damals, als er seine Phasen hatte. Meiner auch. Und das nicht zu knapp. Ne. Nö, 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 nö. Das ist immer lustig, wie er nach Hause kam nach der Arbeit, er angetrunken aus und sagt, ich hab kein Bier zu Hause, ich hab kein Bier zu Hause und in den Schrank habe ich. Auch auf der Arbeit getrunken, das hat mein Vater damals auch getan. Ich kam betrunken nach Hause, das war keine schöne Zeit. Das ist aber Gott sei Dank schon lange vorbei. Jetzt trinkt ja nichts mehr. Das hat er überwunden. Auch wenn's schwer gefallen ist, ne? Ja, wer weiß, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht jetzt auch schon gar keinen Vater mehr. Dadurch, dass er rechtzeitig aufgehört hat, lebt er einfach noch, weißt du? Denn das ist ja nicht gesund, zu viel Alkohol in Übermaß. Greift die Organe an. Aber er hat auch früher geraucht, das hat er auch als erstes geschafft und dann hat er das mit dem anderen geschafft. Immer dieser Raucher. Ja. Oh, ich hab ein Appel gekriegt. Das ist genau so ein Schläger. Ja, da. Appel. Kriegst du morgen wieder. Appel. Ach, apropos morgen. Ich muss am Sonnabend grillen, um an Tritt. Das bedeutet leider, wir müssen denn Sonnabend-Nachmittag schon los. What? No. Doch. Meine Heimat. Ja, aber was ich kann, nein, das, ich hab nicht Erlaubnis gekriegt. Meine Arme Heimat rippen jetzt. Dann musst du hier alleine hocken. Macht nix. What? Ich werd dein PC mit, mit, was kann man mit dem PC queren? Äh, gibt es da irgendein Spiel, was denn die PC zum Grillen bringt? Bitte in die Kommentare sehen. Bis das erscheint. Ja. Ist Weihnachten. Hab ich schon einen Pickel am Bein oder am Baum, an der Nase. Dann bist du nicht mehr jung. Nee. Jo, ich sammel Holz, das macht mich stolz. Wir haben schon wieder alle angepflanzt, ne? Jo. Kann ich das Holz schön zu Fall schüren? Abenden. No, ich geh hier nochmal ne Runde und dann komm ich zu dir mit. Bist du schon wieder raus? Ja. Okay. Damit ich nicht gleich wieder so viel Zeit verschwende, dass ich gerne tue. Warum ist denn hier draußen jetzt ein Baum? Weiß ich nicht. Ich weiß warum. Ich wollte die Tür zu machen, hab links gedrückt und hab Bäume in der Hand. Also setz den in. Ach so. Ich komm rüber. Ich bin gleich bei dir. Hilfe. Ich brauch den Verzehrer gar nicht. Ich verzehre mich selbst. Oh, eine schöne faule Kartoffel. Da rein. Weißt du, was mir auffällt? Nein. Wir züchten die die Schweine. Ja. Na gut, wir züchten Schweine. Eindringling. Fress die bloß die ganze Zeit. Ey. Arsch. Das ist mir bisher noch nicht passiert. Deswegen sag ich ja. Du kennst mich. Du hast das extra für mich eingestellt. Extra, damit ich da scheitere. Warte, warte, warte. Ich liebe dich, Baum. Komm, Huhn. Komm, Huhn. Ah, ah, ah. Gustav, hast du schon wieder Kinder bekommen? Oh, ich will mitmachen. Oh, pfui, 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 pfui. So dumm. Das ist ja die falsche Tür. Da wollte ich gar nicht rein. Äh, Huhn. Follow me, please. Ich bin nicht da. Ich bin Ständer. Ich stehe hier in der Ecke. You can please follow me? Ja. Und, denn? Huhn, 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 huhn? Oh, schade. Hab'n Pfeil. Muss ich mir mal helfen, wie ich die Dinger aufbaue. Die Lampen. Ich bin der König der Welt. Oder ob du die zum Beispiel hier, guck mal, unter der Erde haben möchtest. Warte mal, ich mach mir auf. So haben möchtest. Oder ob du die... So haben möchtest. Warte, ich muss mal drehen. Uuuh. Was war das? Ich bin gegen das Mikro. Ach so. Hab' ich Essen? Ach so, der Zombie hat ein Geschenk für dich da gelassen. Aua. So, was sind denn jetzt die Laternen? Das verstehe ich gar nicht. Da sehe ich eine Luke. Ja, das ist eine Bodenlaterne, oder wie? Richtig. Hier ist eine Lampe. Aha. Wie hab' ich die Lampe denn mit, mit ein paar Falltüren noch mal? Aber die sind jetzt... Sollen die so tief sein? Ich dachte, Laterne steht immer auf dem Ständer hier so. Ja, aber die kann ich ja nicht mit Rettung anschließen. Ach so. Und dann müsste ich sie ja irgendwie in Dauer beleuchten. Dann müsste hier oben zum Beispiel einen Hebel ran, verstehst? Oh, ich bin schick. Sonst hätte ich das... Was steht da hinten bei mir drauf? CH? Wo kommt denn das her? Warte mal, ich muss mich mal von vorne angucken. Oh, ich hab Titten! Jetzt, wo du es sagst. Hallo, Frau Oldman. Geh weg, du Unhold! Lass mich! Bitte mal hinter sie. Oh? Geh sie weg! Fui! Geh sie, geh sie. Oh, warte mal, das ist noch nicht die richtige. So ist es besser. Aber mein Kind! Oh, was? Oh, was? Mein Kind! Hüße! Hüße! Fahr doch mal zum Bett. Komm, lass uns doch ein bisschen Spaß haben. Hier in der Nähe muss doch irgendwo ein kleines Bettchen sein. Oh, hallo Papierkorb. Hä? Ich hab dich doch getötet. Papierkorb! Oh, Papierkorb! Dann ist Hungerhaken hier auch irgendwo. Ich zeig dir in der Burg einen richtigen Hasen. Guck mal, mein Kleiner. Diese schönen Marktketze hier. Ein Ei. Kevin aufgebaut. Ein Ei. Wo ist Kevin? Kevin ist tot. Du hast ihn gegessen. Gib zu. Und ich werde jetzt was tun. Ah, du bist gefangen an diesem Boot. Du kannst hier nicht raus. Nein! Ah! Scheiße, ich komm nicht mehr raus. Was ist passiert? Ach, ich hab eh gedrückt. Aber mein Kleiner. Jetzt hab ich zum Beispiel deinen Helm. Hä? Kleiner. Gib mir mir wieder. Gib mir mein Helm. Mein Helm. Mein Helm. Mein Helm. Ich kann deinen Helm ans Feuer werfen. Oh! Warum kann ich den nicht nehmen? Oh, doch. Gott sei Dank. Mein schöner Helm. Ich bin der böse Dominik. Ich, ich will dich finishen. Ich bin der Edelman. Guck mich an. Ich hab ein Dildo. Guck mich an. Wenn ich das erzähle. Mein Boot ist anentiert. Ach so. Oh! Guckt euch das an. Mit Antrieb. Guck mich an. Ja!